Du siehst dort was rum, du nehmen sie dich raus, in deinem Stadtgebiet, wenn ihr die Polizei Tatverdacht, vielleicht in der Radverdacht, deine Klage fällt in Ohnmacht, der Tops ist längst gelöscht, in Gefahrergebiet, in Gefahrergebiet, Torbund, in Gefahrergebiet Zünder, die Tiffenburg, Doktor, Polizei, mach die Bahne frei, kommst dir in den Weg, wenn rechte Liegen schlägt, dass Sicherheit und Ordnung hier an diesem Ort, manchmal scharf es füße, der neue Bullensport, in Gefahrergebiet, in Gefahrergebiet, in Gefahrergebiet Zünder, die Tiffenburg, Gefahrergebiet Sondertone, Kontrollbereich, hörst du, jetzt kommt sie gleich das ist ein verheergebneres Bleibt nur die Frage, falls die Polizei mal wieder durchdreht. Wen ruft man da eigentlich? Eine berichtete Frage. Stimmt, danke.